Willkommen zurück zu Ancania. Mein Soldat sieht langsam aus wie ein Soldat und wir haben Waffen geklaut und wollen wir jetzt mal gucken, ob wir hier eine Waffe haben, die vielleicht sogar besser ist als die ich jetzt habe. Ich habe hier eine, die macht nur 37 Schaden, die macht nur 12 Schaden, 41, 31, ok. Bleiben wir bei der Waffe und gucken wir mal, was wir noch so tolle finden hier. Oh, das ist denn das? Wurscht, Hähnchen. Ja, Essen kann meiner gut gebrauchen. Gehen wir mal auch mal auf Essen, weil... So. Fast wieder volle Energie. Muss ja gegen die Gewappen mit sein. Oh, 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 ich will da nicht hin. Und es regnet. Das Wetter sagt mir schon, geh da nicht hin. Aber meine Neugier sagt... Mach sie glatt. Hör mal auf, so zu brechen. Gibt's doch gar nicht. Eine Hub hier. Okay, die lootet... Die hat nichts zum looten für mich. Schon mal scheiße. Oh, aber wir bleiben hier unten erst mal. Ich befürchte, wir müssen gleich eh hoch. Kommt mal her, meine Habchen. Aua. Lass mich doch mal hier am Boden leben. Ja, ja, ist ja gut. Kriege ich dafür überhaupt mehr Erfahrung, dass ich euch hier ein bisschen quäle oder so? Ja, ne? So. Hör mal auf die Acht hier. Oh, ein Panther. Ein wilder Panther. Aber ich hab das jetzt immer noch nichts gefunden. Ich hab immer noch nichts gefunden, wo ich sagen könnte, ich kann echt mein Zeug verkaufen. Das heißt immer... Das heißt immer von wegen, ja... Die würden das Zeug gerne nehmen wollen. Aber wer... Wir machen mal direkt hier drei gleichzeitig. Aber irgendwie finde ich keinen, der das dann entgegen nimmt, das Zeug. Also im Endeffekt trage ich den ganzen Müll jetzt mit mir rum. Versteht ihr gerade mein Problem? Ja, ne? Seltsam, dass sie ihre Männer kämpfen lassen. Seltsam, dass du so eine große Fresse hast. Organer sind schwach und weich. Sie haben es nicht anders verdient. Nicht wegrollen, mein Gold. Jetzt bin ich hier zwischen den Baum gefangen. Das ist ja schon wieder schwul. Was macht meiner da? Wir könnten auch ein Stündchen zusammensitzen. Wo ist denn das Problem? Wo ist denn das Problem, Fräulein? Nein. Immer wieder kämpfen, kämpfen, kämpfen. Immer wieder töten, töten. Oh oh. Egal. Ich glaube nicht, dass ich das überlebe. Ich muss wohl gucken, ob ich so eine... Ah, die kommen jetzt runter. Dann kann ich die schon mal wegziehen. Schon mal gut. Also ich werde jetzt erstmal durch die Schaden fressen. Von den Fächern. Aber... Lieber so als, ähm... Oh, halt, immer so aufzugreichen, Alter. Gibt's doch gar nicht. Kein Wunder, dass ihr keine Männer abkriegt, wenn ihr so schreit. Heftig. Essbares. So. Ich weiß, wenn nicht was passiert ist. Oh, das müsste an Energie reichen. Ich bin kurz vor der Stadt. Das ist doch schon mal gut. Man sieht es rechts neben mir, wo ich jetzt gerade so ein bisschen schlagstätig... Attacke! Ja, genau! Sterb du wie ein Mann! Alter, die hält aus! Unmöglich, die hält aus! Die kassiert bei mir immer wieder... Also ich melde dem anderen aus. Kein Bock gerade auf die. Die geht schneller. So, jetzt sind wir beide alleine. Komm her! Ja, komm! Jetzt hast du keinen, der dich mehr beschützt hier! Aua! Puh! Ein Schlüssel habe ich erhalten. Oh, 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 oh! Aber von wegen, Mädchen. Ich habe zwar die Befürchtung, wenn ich jetzt gleich dahin gehe, kriege ich tierisch aufs Fressbrett. Ich habe aber ein Schwert aufgenommen gerade. Was 49 Schaden macht und zusätzlich 15 Magieschaden und zusätzlich bei 4 Sekunden 340 Schaden. Wir nehmen wieder ein Feuerschwert! So sieht's aus. Das sind schon mal da so Viecher, die so am Rumschreien sind. Argana sind schwach und weich. Sie haben es nicht anders verdient. Jetzt gehen die diesmal schneller sterben. Das finde ich schon mal gar nicht schlecht. Vielleicht hat das auch einen besonderen Sinn, dass ich das Zeug aufnehme, dass vielleicht von hinten welche kommen könnten. Und so, ich weiß es aber nicht. Ich kann mich auch täuschen. Aber dieses Schloss sieht nicht so einladend aus. Und hier, das sieht auch nicht einladend aus. Sieht eher so aus, als würde man mich erwarten. Und ich mag es nicht, wenn eingeladen zu sein auf einer Party, wo ich nicht weiß... Ich bin aber hier nicht eingeladen, so wie es ausschaut. Okay. Hier scheine ich nicht eingeladen zu sein. Ah, vielleicht hier lang. Ihr habt meine Mitstreiter getötet. Das ist schon mal... Achtung! Hat der sich noch bewegt? Sah so aus, oder? Okay, hier geht es in Schlucht runter. Da wollen wir nicht lang. Aber ich würde sagen... Wir machen jetzt hier erstmal einen Cut. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen, reinschalten, abonnieren, liken, teilen. Wäre sehr schön. Ich speichere das Ding jetzt hier. Ich wünsche euch allen einen schönen, angenehmen Tag, Abend, was auch immer. Ich bin raus. Euer LT Rustikal. Ciao!